ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von hello neighbor ich habe die schlüssel wieder gefunden der lag hier einfach so und ich habe ein bisschen was herausgefunden ist das eigentlich eine leere dose keine ahnung was das ist okay danach war es gerade hochgegangen ja ich weiß er ist in der nähe chill mal spiel chill mal und zwar habe ich das der gesehen guck mal da was ist das wird jetzt das wasser abgepumpt ich glaube das wasser wird abgepumpt okay wir wissen allerdings dass hallo wir wissen jetzt kann ich das auch auslösen okay es funktioniert aber ich habe die falle mitgenommen okay wir können die fallen also auch mitnehmen okay gut zu wissen eine bananenschale ich weiß nicht das wirkt irgendwie gefährlich das ist richtig jetzt so okay ich höre nichts gut perfekt liegen jetzt schuhe und alles ich vermute weil es hat irgendwas mit wasser zu tun vermute hatte ich ja schon vorher jetzt bestätigt sich das ganze noch mal ach der nachbar ist auf jeden fall da irgendwo ich vermute mal wir müssen an all die dinge herankommen ist nur so eine vermutung so das heißt wir schauen uns nach rohren um die wir aktivieren können schön wenn wir hier irgendwas hätten könnte ich darum spielen ohne dass er was merkt ich weiß noch nicht ob er sie automatisch ausschaltet komme ich da an das heißt ich muss wieder mit irgendwelchen sachen mich nach oben bauen okay ich muss darauf achten dass der kerl die dinge nicht ausschaltet gut ja ein bisschen was herausgefunden wir kommen ein bisschen weiter wir müssen uns jetzt nur um schauen und die richtigen sachen finden woher stehen doch kartons so nehmen wir mit ich komme immer noch nicht an und bullshit was ist damit ich habe das gefühl dass wir dafür diese scheiß fahne ist im weg dieses dreh ding ins kirchens brauchen und die anderen teile quasi aufzumachen die frage ist nur wie kriegen wir das man kann offensichtlich damit interagieren ich weiß noch nicht wie okay schrauben sie bekommen mehr wollte ich gar nicht ich meine ob wir jetzt sterben oder erwischt werden oder nicht ist ja auch egal ich glaube ich dass wir irgendwann game over gehen oder oder kann man irgendwann game over gehen so als allererstes würde ich gerne mal gucken ob das ding noch aktiviert ist okay es ist noch aktiviert alles gut der karton steht auch noch da das wird auch in ruhe tut Was ist denn los mit dir? Ich vermute mal, wir müssen diesen einen Bereich mit Wasser füllen. Hier ist der Hai, den wir schon kennen. Den Karton brauche ich. Dankeschön. Ich vermute mal, wir pumpen dieses Wasser hier ab. Und tun das in diesen einen Raum, den wir gesehen haben. Weil der wäre schon immer hier. Ich glaube, eine Kamera hat mich gesehen, oder? Ja. Bullshit. Okay, äh. Warum zur Hölle solltest du das tun? Gut, was haben wir am Start? Wir haben einen Schlüssel. Wir lassen das ganze Zeug mal hier. Dann wissen wir, wo es ist, nämlich. Und dann nehmen wir die Kartons hier mit. Braucht nämlich ganz, ganz viele anscheinend. Der gammelt da hinten irgendwo rum, ne? Na ja. Eigentlich darf ich die Tür nicht abgesperrt lassen, sonst werde ich selbst hier nicht mehr herkommen. Also scheiß drauf. Wenn wir jetzt erwischt werden, ist mir egal, wir haben die Kartons. Mehr brauche ich nicht. So, wir müssen den Schlüssel halt auch für dieses Haus hier finden. Dafür müssen wir weiterkommen. Da oben ist ein Wecker und ein Kissen, okay. Ernsthaft? Wie viele Kameras sind denn hier? Ich weiß nicht, ob wir später überall sind, hier diese Kameras. Oh, ein Schlüssel. Hallo? Ach, das hab ich kaputt gemacht. Hörte sich wieder so an, als würde da jemand schaufeln. Okay, wir haben einen neuen Schlüssel bekommen, der uns aber nichts bringt. Wir haben nur eine Abkürzung jetzt freigeschaltet. Dennoch werde ich kurz hochgehen und diesen Schlüssel in unseren Save-Room-Button, wenn man das so sagen darf. Aber wir haben Progress, Freunde. Wir haben Progress. Sehr schön. Ja, Kameras, freut euch. Überall sind diese Kameras. Der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Aber ich glaube, ich muss mir einfach mal so eine Runde Zeit geben und einfach alles zerstören. So. Weil zerstörte Sachen sind halt zerstört. Ich weiß nicht, wozu ich das hier gebrauchen kann. Wozu beruhig ich das Fernrohr? Egal. Wir haben jetzt unsere... Unsere Schachteln. Und deswegen schachteln wir jetzt hier nochmal alles auf. Ja, freu dich. Ach, Mann. Ich will doch nur meine Treppe bauen. Was ist denn los mit dir, Dude? Such dir ein Hobby. Ich meine, ich komme hier eh nicht weg. Kannst du mich doch hier rumstreunern lassen, oder nicht? Oh, falscher Weg. Okay, okay. Kann der nicht irgendwie mal zu Hause rumchillen? Der weiß doch nicht, dass ich draußen bin. Ich komme immer noch nicht an WTF. Ich kann versuchen, von da oben runter zu springen, ja. Ey, wie soll man denn da ankommen? Ich habe so das Gefühl, dass ich da gar nicht hin muss. Ich weiß nicht, hier ist nur so ein Gefühl. Ey, Nachbar, du bist scheiße. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Er hat sie wieder aktiviert, ey. Drecksack. Okay Scheiße, repariert er gerade die Kamera? Die Kamera, ja, die Kamera repariert Ne, ernsthaft? Ich mach jetzt erst mal die ganzen Kameras kaputt, das reicht mir Wie viele Kameras sind denn hier? Ist mir alles egal, wenn ich jetzt erwischt werde. Die Kameras müssen weg. Also, wir werden das hier höchstwahrscheinlich mit Wasser füllen. Ja, da ist ein Wasserhahn. Wir müssen das hier mit Wasser füllen, dass wir darüber schwimmen können. Okay. Habe ich noch irgendwas in der Hand zum Werfen? Ich werde hier einfach auf die Kameras raufspringen und sie damit kaputt machen. Da ist noch eine Falle. Eins läuft! Lass mich hier alles kaputt machen, diese Scheiße, ey. Es fällt ihm ein, hier überall Kameras hinzustellen. Novo-Kameras. Okay. Sehr schön. Zumindest hier sind keine Kameras. Oh, Papierflieger! Oh, der fliegt gar nicht. Schade. Nehmen wir noch einen Papierflieger mit. Gut. Also gut. Wir haben oben noch eine Kamera. Ich mache die jetzt alle kaputt. Das reicht mir. Okay. Was ich aber vorher testen möchte ist... Okay. Das hat nicht funktioniert. Ähm. Ich wollte eigentlich was anderes machen. So. Das verwirrt mich das. Also gut. Wir wissen mittlerweile, dass wir einen roten Schlüssel finden müssen. Kann ich hier nicht einfach rauf springen? Na doch. Gut. Das geht auch. Progress, Freunde. Progress. Okay. Sehr schön. Wir sind ein Stück weiter gekommen. Äh. Nichtsdestotrotz müssen wir immer noch herausfinden, wie wir an das Rädchen rankommen. Da. Wir müssen einfach nur schaffen, dass... Ah. Ich vermute mal, wenn wir den Druck so erhöhen, dass die Leitung es nicht mehr halten kann, wird das rausplatzen. Verstehe dir. Verstehe dir. Das heißt, ich muss noch ein so ein Ding finden. Okay. Ein so ein Ding muss noch gefunden werden. Sie sind orange. Ist das nicht der hier? Ne. Da fehlt halt der Hebel. Ist da irgendwelche Probleme, Digga, oder was? Wo könnte der sein? Ich vermute mal fast, er ist in der Haus. Wir müssen hier die Rohre abklappern. Silbern. Wir haben doch einen Silbernschlüssel. bekommen, oder nicht? Hm. Hallo. Nehm ich mal fest. Wir haben einen Silbernschlüssel bekommen. Ich muss sagen, äh, der Nachbar ist auf diese Art und Weise, wie wir jetzt spielen, wo wir jetzt quasi ausbrechen, nicht so schlimm. Weil ich mein, wir sind ja sowieso schon drin. Wir müssen nicht mehr reingehen. So, Kameras zerstören. Äh, wirklich Kamera. Zielen, Feuer. So. Zielen, Feuer. So. Zielen, Feuer. Gibt's Kameras, ey. Überall. Gut. Suchen wir das letzte Rohr. Ja. Äh, äh, ich vermute mal, dass es drinnen ist. Weil jetzt haben wir draußen zwei Stück aktiviert. Und ich, ich glaub, dann müssen wir halt mit dem Drehding ins Kirchensrand an das Ding. So, haben wir hier irgendwelche Rohre? Ich muss, glaub ich, die Rohre verfolgen, die draußen sind, ne? Was ist mit dem Silbernschlüssel eigentlich passiert? Ach, den hab ich aus Versehen weggeworfen. Wurde er mich erwischt, hier in diesem Raum, ne? Ja, gut, der ist hier jetzt irgendwo gelandet. Geile Sache. So, wir machen mal alle Türen zu. Äh, ich will mich jetzt nämlich auf, äh, die Suche begeben. Nach dem Schlüssel. Hallo? Ist die Falle da für ein Weg, oder was? Nein, ich kann die Tür nicht abschließen. Na gut, auch nicht. Also gut, der Schlüssel, der muss hier irgendwo rumgeflogen sein. Nur untergefallenes Bild. Okay, wir räumen hier einfach mal auf. So, die Kamera ist hier schon kaputt. Scheiße, da müsste Schlüssel entkommen, ne? Aber es wirkt halt nicht so, als... Bräuchten wir jetzt einen Schlüssel nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaub, den brauchen wir nicht mehr. Ach, den brauchen wir nicht mehr, Freunde. Kann auch sein, dass er hier reingefallen ist. Hallo? Da bin ich totgesprungen. Okay, wir müssen die Rohre verfolgen. So, wir haben ein Rohr, das führt drunten. Gut, da rein führt ein Rohr. Oh. Ah. 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 Ich glaub, ich weiß. War das nicht Tassier? Okay, nein, weiß nicht. Gut, hätt ich gedacht, hätt ich gedacht. Oh, shit. Aber wir kommen voran. Wir müssen das letzte Ding noch... Ne, er aktiviert das immer wieder. Und ich denke mal, zum Schluss müssen wir das desaktivieren. um dann voranzukommen. Da haben wir Rohre. Ist ja das Badezimmer. Gibt's da irgendwas Spezielles? Ich glaub nicht, dass da mal irgendwas ist. Wir müssen die Rohre verfolgen. Mal gucken, wo dieses letzte Ding ist. So geht das ja noch nicht, ne? Ähm. Ich weiß nicht. Ich hab so das Gefühl, dass ich doch den Schlüssel wieder brauche. Wehe, du hast die Kameras wieder aktiviert. Ja. Ja. Ernsthaft? Auf dem Scheiß. Oh nein, ich hab's abgeschlossen. Oh, ich bin so blöd. Oh, ich hab's abgeschlossen. Ja. Na gut. Was soll's. Dann müssen wir irgendwie auf die andere Seite kommen. Ich weiß allerdings nicht mehr wie. Ah, durchs Haus. Durchs Haus. Hallo. Kletter du mal hoch. Ist schon in Ordnung. Ich geh durchs Haus. Die Tür ist eh versperrt. So. Ich muss hier entlang, ne? Wo hab ich den Schlüssel hingeworfen, ey? Der hat mich irgendwo ertappt, währenddessen eh ich die Weckwurftaste gedrückt gehalten habe. Das ist das Problem. Deswegen räumen wir jetzt hier erstmal auf. Einfach um zu gucken, ob der hier ist, der Schlüssel. Oh, was? Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob ich den silbernen Schlüssel brauche, um in die Toilette zu kommen. Das ist das Problem. So, alles schön in die Bitte räumen. Zack. Zack. Hab ich den silbernen Schlüssel hingetan, ey? Und das ist vollkommen sinnlos, was du hier machst. Zack. Zack. Mal alles runterwerfen. Ist ja auch überhaupt gar nicht auffällig. Wo ist der Schlüssel hin? Du willst mich doch verarschen. Wir machen hier mal wieder auf. Oh. Er ist durchs Wasser gekommen. Ich bin erschrocken, ey. Okay. Okay. Ähm. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also morgen höchstwahrscheinlich zu einer neuen Folge. Und dann werde ich hoffentlich den Schlüssel gefunden haben. Ich bin nicht mehr doof. Alright. Tschüss. 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 Tschüss.